Das ist die erste Station bei Rund um den Finanzplatz Echbauen und Frankfurt bei dem Radrennen am 1. Mai. Wir sind hier mitten am Marktplatz in Oberursel und natürlich sind die Löwen mit dabei, hier bei dem Radrennen am 1. Mai. Die Löwen im Frankfurt laden Sie euch in die Echbauenhalle und Europa! Ich wünsche euch heute einen schönen, langen Tag. Ihr habt ja heute das Vergnügen. Einmal die Popis hier über den Mammensein der Berg. Lasst es euch gut gehen! Und ich wünsche euch, wenn wir sie wiedersehen, unsere Eichbauenhalle! Die Firma Autosmoda und liebe Stadtmeute, was gehört in Frankfurt zum Eppelwein? Zum Frankfurt, zum Eppelwein! nå, wie heute, die Ruhe. Wie Du siehst durch die Eichbauer? Die externen Kirch disponHave! Wie heute eine Reihe! Und einmal die rápido Laus! Wie heute läuft das Regular Sonnenkil 하는데 dort auch bei uns keine Aufwand am 1. Mai! Eichhorn Frankfurt! Eichhorn in Eichhorn in der Eichhorn-Hallo Frankfurt! Eichhorn in Eichhorn in Eichhorn-Hallo Frankfurt!